hallo und willkommen zurück groundet unser spiel und beim basenbau erfährt man wahnsinnig tolle sachen wie zum beispiel es gibt dinge mit denen sollte man sich nicht anlegen zum beispiel wolf ja oder was mit spinnen aber die bolspin ist auch dahin nein die kreise mich ein hier ja ja von zwei seiten haben sie mich hier gleich verdammt das möchte ich sehen los geht auf die radspinne ja sichere position sichern einnehmen blütenblätter sind drin blütenblätter muss ich noch besorgen ich musste abbrechen wegen der radnet spinne die kommt kommt ihr vorher so mehr blütenblätter blütenblätter und stengel brauche ich auch wo haben wir es da nein nein kann ich was so auf das jetzt hier keine kommt das geht so flex fix cool da zusätzlich aufheben kann ich ja auch mit den stengeln gut das machen wir und da ist schon wieder eine die umgehe ich möglichst nicht darauf auf lauf 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 das wasser kann ich nicht da müsste vorher ablegen kommt nicht weiter egal egal aber auf jeden fall sollte man noch bombardierkäfer holen weil sonst ist unser der gestell nicht fertig die brauchen auf jeden fall ja dann kann man nachher essen und ich habe welche ja also ich komme ich komme ich komme jetzt nicht so ja warum gehe ich hier vorsichtig ran ja wir können uns natürlich auch selbst dran verletzen nicht so gern gesehen also nicht bei von mir und auch nicht von marcel denke ich mal und ich glaube ihr könnt da genauso darauf verzichten wie wir das kaputt machst macht dann die kaputt wir mussten das kaputt mache ich kaputt was da los was geht da rein ich würde sagen wir gehen gleich jetzt mal schaffen ja es ist dunkel richtig du bist noch nicht hier was da los ich warte hier jetzt 20 uhr dürfen wir verflickst und wieso knut dann immer noch weil er immer noch keinen hunger hat jetzt nicht essen jetzt nicht allein ich bin doch nur was auf ganz entspannt ich habe doch zwischendurch noch ja ja die muss man sagen nein nein kommen die sie das genauso dann schreibt in den kommentaren was 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 kommentieren erst auch so seht schreibt ist in den kommentaren ich bin da was denn jetzt 59 20 alles klar auf geht's so keine opfer wir haben keine opfer hier in unserer falle das ist nicht noch nicht noch nicht moment zwei dinge nähe meine tasche ist eigentlich relativ leer wir gehen erst prügeln was gehen wir wir gehen erst prügeln also umziehen gleich 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 ich dachte ich gar nichts alles gut ich vergesse doch nichts aber vergesse ich was tür zu so warum sollte ich was vergessen was ja wie kommt es noch so was das tue ich mir nur schnappen da brauche ich e2 gut umziehen moment die rüstung habe ich doch dabei ja jetzt wird nicht gefahren jetzt wird gehauen da müssen wir wieder an den ratten ich bin ich bin vorbei nicht unbedingt ja gut okay wir gehen einmal darum herum ist besser keine zeit für sowas wir haben doch keine zeit moment so jetzt nicht sowieso schon so viel dabei habe so viel platz habe was ein kleines problem wieso was denn was hast du denn schaffst du das mit dem marienkäfer nicht ist ein anderes problem oh ja ja ich bin unter der dose okay ja aber die ist gefährlich nah dran ich kann gerade nicht viel tun also eigentlich gar nichts lauf lauf so ich dachte ich muss die aufheben ich habe das ich habe nicht gesehen dass welche gar nicht reingekommen so wohl sie so lauf da oben ist er ja warte warte lass uns auf die dose dann machen wir so nass wenn sie da nicht hinkommt hoffe ich doch du siehst mich nicht du siehst mich nicht ich probier es ich probier es die kommt hier nicht hoch die kommt hier nicht hoch die läuft aber auch weg das ist nicht gut da hast du Angst vor mir war schon sie hat keine Angst weg und nur ein Stück nein ein bisschen weiter lauf Piet kann nicht laufen er stirbt gleich nein einmal hilf bitte bis dahin kann ich noch ein bisschen schießen ja 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 okay jetzt hat es mich erwischt hilf sich bitte auf oh ja bleibt damit er steht ja sehr cool die sind ein bisschen Bucky hier das deck gerade ach ne das ist schon ein Ausdruck ah lass dir Zeit 19 Sekunden noch alles gut ja ich schreibe mich an wir brauchen bessere Waffen ja diese Robin Hood Mütze würde schon passen ok 10 ja los hey du hast gesagt einer 6 jetzt los lauf 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 oh ja was ja wir haben sie ich jetzt ne ja Miritation nein hab ich nicht hast du nicht nein wurde mir gerade nicht angezeigt aber ich gucke mal im Status nah nicht dass jeder 5 killt muss ja das sieht beinahe so aus es sieht beinahe so aus Moment ja Mie 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 er eine dauerhafte Immunität dagegen entwickelt hat da muss ich mich beißen lassen Nö eigentlich nur die Viecher damit killen so was waren das was war das hier ein Zeichen der Hoffnung also wenn das so ist dann will ich auch eine killen jetzt ich will ich will ich will ich will Körper Atemtechnik ich will auch wissen wie das geht also beziehungsweise wie das aussieht und ob das hilft ja das ist ja super dann kann ich dich ja immer schön vorschicken hier sind gleich zwei hast du Stacheln hab ich Stacheln wieso brauchst du Pfeile nee komm lass uns mal kurz Stacheln holen warte mal halt 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 ich hab Pfeile ich hab Pfeile nee 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 lass mal Stacheln holen was hm ach jetzt machst du jetzt machst du Giftpfeile oder was nein 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 was das was ich vorhin schon mal erwähnt hatte äh letztes Mal okay das wäre weiß ich nicht mehr genau wir hauen gleich oben den Stacheln und dann bauen wir was aber ich will die spinnen zwei stück ja die kriegen wir ja okay wir brauchen nur ein paar Stacheln okay dann fahren 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 ich will noch schnell was anderes gucken denn ich baue uns so ein Zelt auf dann geht das schneller Saft und grobes Seil brauchen wir auch ja Saft ist ja schnell gemacht außerdem haben wir welches in der Kiste Moment wo ist das wo ist das jetzt moment ach da ist es doch voll übersehen okay Kleeblatt ja das ist doch und Sprösslinge 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 rein äh Quatsch äh unser offenes Zelt pack ich da rein denn dann brauchst du nicht darauf warten oder ich nicht darauf warten wegen aufheben dann tun wir direkt einfach das bohren was hätten davon wir werden das nicht sterben wir werden auch nicht sterben ich sag ja nur Kleeblatt Moment nein hier nicht der bringst du sagt ich bringe auch Saft mit dann muss ich noch ein Stückchen weiter hole ich erst den Saft so wie viel Saft brauchst du denn ich meine ich nehme eher alles mit aber äh ein Pro also nochmal so vier so na komm ähm nein so komm und wir zu weit weg so habe ich hier eigentlich alle ja ich glaube alle ja so jetzt komme ich da nicht dran so na Piet komm nimm's nimm es doch jetzt endlich net da ist ja auch noch einer so und jetzt das Kleeblatt äh Perspektive ändern und die Axt rausholen ja willst du mit dem Kleeblatt ich habe doch gesagt die ich wäre das offene Zelt aufbauen da in unseren kleinen versteckt drinnen das Bonn Punkt dann brauchen wir nicht gegenseitig warten dass wir uns aufgehoben haben sondern können direkt spawnen und gut ist ja da gehen wir doch jetzt eh nicht rein wieso hab ich doch erzählt gehabt wirst du auch gleich sehen ach Mensch ich will dich spinnen ich will auch immun sein warte halt hier halt 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 bleibt doch stehen ich hab doch mal stehen du wolltest doch die dings haben inventar kann ich auch fein lassen alle machen ja nach und nach da liegen sie greife zu so so kommt so eigentlich ach ja richtig wie viel Kleeblatt brauchen wir braucht man jetzt dafür gar nicht nein so alles andere hast du gut ich soll es jetzt bricht und dann aber damit werde ich doch nicht immun aber nein aber wie können sie eben besser können ja okay so kommen wir haben kommt aus ja das ist ja cool ja ja ich verstehe den plan alles klar ich hoffe das funktioniert auch los läuft da rein was hier los kommt andersrum ja ja super ich gehe gleich drauf ich gehe gleich drauf jetzt läuft sie wieder zurück was ja ein blödes viel bin ich doch immun ich lebe ja noch okay die hat mich doch erwischt wieso ich lebe noch ja ja ich werde aber gerade gebissen ich kann gerade nicht jetzt bin ich selber tot okay okay hat doch nicht so geklappt nee das war nicht so gut was haben die KI so verbessert ich glaube die haben wir zu weit nach hinten weggetrieben nee 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 die sind wegen den Spikes nicht durchgekommen deswegen ja 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 also die sind deswegen zurückgeschreckt also was wirklich neu ist aber du wusstest auch nicht dass baumwanzen und springen können also mal wieder was neues dann tun wir die doch hier umstellen habe ich nämlich eine bessere idee ja 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 da ist ihr komplett um die herumgelegt ich wollte die eigentlich um die herumlegen ja das heißt wir müssten wahrscheinlich noch ein paar bauen oder nein wieso hau ich da nein ich hab's weggeboten okay das ist doch gar nicht schlecht dies war okay kommt sie durch ja ja tatsächlich aber ich denke du bist immun die pfeile habe ich doch nicht so jetzt ach so wegen dem power boom stings bist du drauf gegangen der letzte schuss mache ich dann zählt das garantiert auch für mich also ich bin dabei gewesen und kriegt das nicht ja ich glaube ich was gemacht so gut wie bei dafür ich habe auf sie geworfen ich jetzt was ist dann kommen die musik umfallen der ist nichts mehr jetzt und wo ist meine mutation nix nix mutiert hier diese anschließen müssen ich habe doch vorhin die angeschaut ich habe ja auch nur mit die sammeln also ja hast du noch saft ja dann tun wir das die kreise ein ganz einfach dann probieren wir das mal aus mit diesen die die viecher dass die respawn ich habe ich jetzt nur ein mitgenommen ehrlich jetzt ernsthaft ich bin davon noch umstellen ich glaube da müssen wir zwei reihen aufbauen weil irgendwie sehr eben darüber gekommen so haben wir hier noch ja wir haben noch stängel und jetzt hebt doch auf war das auch noch einer ja da ist auch noch ich schmeiße das hier mal hin du hast ja eh den saft obwohl quatsch warum so nie ja doch zwei reihen ist schon nicht schlecht ich hätte aber gerne so dass wir hören ja dass ich einmal gegen lauf ist super dass wir die im kreis aufstellen so dass sie gar nicht erst rauskommen können dass sie sich grundsätzlich verletzen egal wie sozusagen taktisch können wir ja machen aber erst mal ein paar dinge hinbauen ja ja nicht gerade das material in der hand haben aber wenn wir es in der hand haben und die schon mal rein laufen und dann kaputt gehen wir es ja noch besser ja wir haben es ja nicht in hand aber gleich hier haben wir noch ein bisschen saft ich lege das trotzdem jetzt mal hier hin weil dann schlägt habe ich noch stachel moment die pfeile habe ich aber keine stachel gut okay dann hatte ich mich ich hole die dornen obwohl ich wollte ich hatte naja gut wieso was denn die kämpfe auch und fern die mit ihren gift und ich habe es kein problem damit aus dem ist das nicht unfair ist es liegt im rahmen unserer möglichkeiten aber ich wette die ganze zeit oder jedes mal wenn ich da vorbeigekommen bin waren die dornen wieder da wenn ich jetzt hinkomme keine dornen jede wette ich habe da jetzt ziemlich viele weggefahren ja aber ein bisschen weiter oben kriegen noch welche ja auch da ist noch so viele dran gelassen das ist ja also theoretisch könnte mir auch alle die ausgänge zu bauen ja außerdem ein und dann brauchen wir nur noch fahren so der eine ausgang ist zu da müssten jetzt nur noch stängen rein ja schon stehen nicht so an du warst höher als ich dachte kommt da schon dran 9 noch ein höher was war das wie viel stachel brauchst du jetzt zwei viele reine die noch überschätzt sie denn wie viel müssen wir dann noch hinstellen sagst du so denke dran ich will auch noch mal sicher gehen ich will da tote spinnen sehen wir haben uns oft genug erwischt reicht hin ja nein dann muss das was ich habe reichen da guck ich jetzt aber auch nicht nach weil kann man das ja auch gemacht weil dann würde ich ja stehen bleiben in der zeit und nicht vorankommen und das will ich auch nicht moment und dann liegen noch stehen rum ja prima zwei mit mir ich habe sogar mindestens drei hier hier zwei reichen mehr ach so da ja so viele dinge eigentlich gerade gar nicht also ich habe jetzt fünf dabei da kann ich ja eh nicht tragen 1 2 3 auch da ja die habe ich auch gesehen stimmt okay ja so mehr oder minder ja jetzt aber ja das mit der gestalt an hier finde ich gut ja dann kommt weil der warte hatte denn ich baue jetzt hier auch so ein teil auf so die erste mauer steht nein ich meine euch die mauer mit den stacheln ja das hier moment moment ich muss kurz bauen erstell mal nicht ob es sei wie viel habe ich denn ich geht noch alles okay bitte weg ist nicht die spinne junge okay aber dann haben sie ja keinen weg mehr raus definitiv naja da hinten rechts dann kommen sie garantiert eh nicht durch würde ich sagen nein da wo es blau ist noch und noch nicht fertig gebaut da kommen die noch nie da nicht als theoretisch reicht die eine wand jetzt hier noch mal nehmen so der ist auch fertig also das hier solltet ihr schon reichen kommt 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 ob 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 wir wollen ergebnisse wir sind gleichzeitig sind haben wir doppelten schaden aber erst mal nur eine weil so wie ich das mitgekriegt habe kommt nur eine die linke nehmen war ach ja wir haben doch eine geschafft ja also auf drei ja das ist so eine sache mit dem auf drei weil wir haben eine zeitliche zögerung und das würde bedeuten dass die spinne mich hier erst mal erwischt noch einmal irgendwie bin ich hier so was wie im mund doch also in normalerweise hätte ich das schon tot sein müssen ja 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 bist du tot ja schade ich warte hier die läuft einfach drüber da passiert nichts doch die kriegt das schon schauen ich glaube sie hat jetzt die kaputt gemacht 16 16 16 15 ich bin da schon da es wird immer dunkler und dunkler neun acht sieben lauf sechs fünf vier du machst aber auch spannend ist ja wie bei der bummel schärfung auf die letzte sekunde okay danke dir nein wieso ja die andere war beim ersten schuss hin da war ich ein bisschen überrascht ich finde wir sollten unseren plan insgesamt ändern neun ich komm schon wieder du hast sie gewählt nein ich geh da rein super ich lieg hier rum ja an sie auch da bei dir du auch ne sie ist bei dir mit drinne ja ja ich weiß ich weiß die hockt hier ja die ist da drinnen festgebracht ja dann hau sie nieder egal 18 17 du stepp mal du kommst dann hier her und ich gebe dir Pfeile ja nicht dass es daran liegt dass ich hier liege ne du hast ja eh die armbuss jetzt in der hand ja aber keine Pfeile ja die kriegst du von mir ok ganz ruhig spinni wir helfen dir ja wir holen dich da raus und wenn es in Einzelteile sein muss wir holen dich da raus aber sie ist noch da drin ja ja der schaden nicht zurückgesetzt hervorragend bin gleich da so jetzt bitte ich kann mich umstellen Pfeile ja Pfeile 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 ja die hängt da oben immer noch guckt euch das an schick wo sind die Pfeile sind die Pfeile da ah jetzt habe ich alle jetzt wie viel haben wir 20 da sollte er wohl reichen auf geht's ja schön ja nachher wirst du noch immuner und ich wieder nicht ja 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 vielleicht sollte ich die mal einsammeln vielleicht liegt es daran oder war das gleich bei tot war greife tot ach so hast du nö dann fehlt dir noch einer hm 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 zu dunkel zu dunkel ab in die base wir müssen pennen auf geht's es geht auf jeden fall schon besser mit der taktik ja ja das ist insgesamt besser geworden wir steigern uns jetzt muss ich jetzt meine ausrüstung ok ich habe ja noch genug marienkäfer zeugs da hm 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 hm